Jeder kennt mich. Jeder kennt mich in Deutschland. Ich bin der geilste hier. Ich bin der krasseste YouTuber. Das ist so absurd. 1-8-7! Ich öffne die Augen und beginne meinen Tag. Ich steh auf, auf heute ne Tanze. Yo, was geht, meine Freunde? Willkommen zum neuen Video. Heute sind wir wieder gemeinsam auf RommelTV unterwegs. Und ich bin heute nicht alleine. Ihr seht's hier unten in der Ecke, so ganz klein, eklig, eingeblendet. Wife ist wieder am Start. Leute, ich hab mir dieses Schild hier vorbereitet. Damit ich erstmal sicher gehen kann, wenn jemand über 18 ist und der im Video sein will, dass er auf jeden Fall mir schon mal ein Zeichen gibt. Also Leute, es geht auf jeden Fall darum, Lukas stellt mir jetzt die ganze Zeit Aufgaben in RommelTV, die ich erledigen muss. Er darf mich ein bisschen fernsteuern und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. Moin Meister, na? Hallo, bist du YouTube? Frag, wie viel Uhr es ist? Ich bin YouTuber, genau, ja. Frag, wie viel Uhr es ist? Wie viel Uhr ist es gerade? Was? Wie viel Uhr ist es gerade? Falsch, es ist Sexy Time. Und dann fang an zu swippen. Wenn ich jetzt wegguck, dann skippst du mich bestimmt. Nein, nein, wirklich. Wie früh ist es gerade? Es ist gerade 15.26 Uhr. Okay, und wie alt bist du? Hey, du sollst es sagen, hey? Digga, ich komme ins Gefängnis dafür. Das machen wir nicht. Du machst es. Das mache ich. Nein, wenn die Person über 18 ist, ja, aber nicht bei der Minden. Du spinnst. Hallo. Was geht bei dir, Bro? Wie alt bist du? 17. Warum? Ja, passt. Was geht bei dir? Was machst du Schönes? Ja, passt. Das ist was gern. Sehr geil, Digga. Kannst du mir kurz sagen, wie viel Uhr es gerade ist? Es ist halb vier. Bro, weißt du, was für eine Uhrzeit ist? Es ist Sexy Time. Ich war auch. Ich war auch, Regi. Boah, das ist gar ein Cringe. Oh, Sch***. Wie alt. Oh, Sch***. Nee, sehr, sehr durchzulter. Ah, der Auge. Danke dir. Hallo. Hallo. Was geht ab? Jetzt zwischendrin. Du bist noch nicht selbst. Nein, nein. Was geht bei dir? Was machst du Schönes? Die ganze Zeit. Ich meine, so kommst du bekannt vor euch. Ja? Vielleicht hast du mich schon mal gesehen. Ich bin so oft mit so einem Riesenrad unterwegs in verschiedenen Städten. Ich weiß nicht. Müsste ich mir nochmal angucken, aber ich weiß nicht, wo du kommst. Ich bin so bekannt vor. Echt jetzt? Das freut mich voll. Was macht geht bei dir, Munyanyu? Hör auf damit. Mit was? Was denn? Hör auf, mich nachzumachen. Nochmal. Munyanyu. Ich mach wirklich nichts. Hey, darf ich dir noch eine doofe Frage stellen, ganz kurz? Nochmal Munyanyu jetzt. Munyanyu? Ja, eigentlich. Warum nicht? Perfekt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Warte, 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 warte. Ich hab noch eine Frage. Also, wenn du sagst, dass du aufnimmst, hast du bestimmt einen YouTube-Kanal, wo ich mir das nochmal angucken kann. Vielleicht kenn ich dich ja wirklich. Ich schreib's hier unten rein, ja? Ja, bitte, aber es gibt nicht... Ey, nicht meiner. Dann lass ich dir ein Like, ein Abo und alles da. Perfekt, Digga. Ah, nee, warte, dann ist falscher Kanal. Dann ist der hier. Wie alt bist du denn? Ich bin 28. Okay, krass. So alt hätte ich hier jetzt nicht geschätzt. Dankeschön. Wie alt bist du? Was denkst du denn? 14. 18. Hallo. Hi. Was geht? Nichts bei dir? Bisschen chillen. Was ist das? Machst du auf arrogant? Ihr kennt mich doch. Ihr wisst, wer ich bin. Ihr wisst, wer ich bin, oder? Was? Ihr wisst, wer ich bin. Sag, ach komm, laber nicht. Nein, tun wir so. Jeder kommt, komm, komm. Jeder kennt mich. Ihr wisst, wer ich bin. Jeder kennt mich. Jeder kennt mich in Deutschland. Ich bin der geilste hier. Ich bin der krasseste YouTuber. Komm, ihr kennt mich doch. Sagt mal, jetzt ernst. Ist das jetzt ein Braille? Verarsche ich mich? Verarsche ich mich gerade. Ihr kennt mich doch, oder? Ich bin von der bekannte Typse. YouTuber? Über 3 Millionen Abos? YouTuber, 3 Millionen Abonnenten. So, eigene Join-Serie. Mehr, mehr, hau raus. Ich war im Fernsehen-Programm. Fernsehen war ich pro 7. Mit Kai Pflaume bin ich befreundet. Ich habe euch ehrlich gesagt viel Geld. Man versteht mich null. Man versteht mich nicht? Man versteht mich nicht. Ja. Oh. Aber ihr kennt mich, oder? Du kommst mir bekannt vor, Appe. Sag mal, schick mal Bild in deine Klassengruppe. Schick mal Bild in deine Klassengruppe. Die kennen mich alle. Deine ganze Klasse kennt mich. Schwöre. Das ist so abgehoben. Ich f***. Ich glaube, dein Lautsprecher ist kaputt, Digga. Hallo. Oh mein Gott. Was geht ab? Ey, bist du echt? Ihr wisst, wer ich bin, oder? Ja. Ich bin super bekannt deutschlandweit. Jeder kennt mich. Alter. Chillig, Bro. Mach das drinnen. Sag die ganze Zeit 187. Krasse Schuhe 187, Bro. 187. Alter. 187. Hallo. 187. Ah. Oh. Ah. Ja, 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 ja. Standard-Skill. Und jetzt, sag einfach Mittelfinger und guck, wo er sie. Oh. Oh mein Gott. Oh, die armen, Digga. Die armen. Hey, noch eine ganz kurze Frage. Ja. Warum fragst du nicht einfach selber? Was bin ich? I'm Crymax. I'm Crymax. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, was ich bin. Wirklich? Mach den Crymax. Oh mein Gott. Ich weiß, was ich bin. Kennt ihr Skybase? Von Stani? Von Standard-Skill? Findet ihr das geil? Schon, ja. Sing das. Wollen wir zusammen kurz Skybase performen? Okay, alle mitmachen. Hey. 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 Okay, ein bisschen mit. Hoch die Hände. Wow. Yeah. Ich öffne die Augen und beginne meinen Tag mit einer Sinne Battle Royale. Battle Royale. Das ist meine Hauptaufgabe. Meine Mutter nass ist wegen Hausaufgaben. Ey. Ist geil, oder? Oh mein Gott, Rebi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Rebi. Oh mein Gott. Das war jetzt richtig ruhig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, voll nice, ey. Dass ihr mich kennt. Ja, so genau. Oh mein Gott. Die ganze Zeit weiter riecht. Danke. Oh mein Gott. Guckt ihr auf meine Streams? Ja, manchmal. Geil, ey. Was ist euer Lieblingsspiel? Nichts übertrieben. Fortnite. Meins ist Minecraft. Danke, aber Fortnite ist auch cool. Aber Fortnite ist auch saucool. Steh auf, mal Fortnite-Tanz. Was ist denn? Ein paar Fortnite-Tänze, ey. Geil ab. Der ist es. Ach, Digga. Bro, nein. Warte, warte, bitte. Bitte, bitte, warte, ganz kurz. Warte. Alles klar. Ich warte kurz. Bin ich in einem Video? Digga, nein, nein. Warte, bitte. Bin ich in einem Video? Was geht, Bruder? Bin ich in einem Video? Äh, wenn du willst. Bist du wirklich wild? Ich bin, äh, ja, ja, ich, äh, ich bin, hier. Danke. Ich schwöre, mein Gott, ich liebe deine Videos. Also, wenn du ins Video willst, dann musst du was Lustiges machen. Was? Skybase von Standardskill-Rappen. Das ist für heute gut, ja. Boah, und die Skybase. Das reicht. Okay, danke dir. Ciao. Tschüss. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann. Es geht ja. 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 Boah, streamst du auf Twitch? Ja. Okay, sag jetzt deinen Namen. Crazy-Night1. Perfekt, Bro. Du bist im Video. Hau rein. Schau. Jungs, was geht? Was geht? Das ist ein, das ist kein Junge. Achso, ihr seid gar nicht. Das ist egal. Achso. Nee, das ist mein... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Smalltalk? Smalltalk? Das ist mir für erstes. Schon viel, Leute. Ey, ist mir voll unangenehm. Ja, wegen der Kapuze so, weißt du? Ja. Das ist ein... Ne, also, tut mir voll... Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie, ne? Gar kein Problem. Das kennen sie schon. Was geht bei euch so? Was macht ihr Schönes? Ein Musikprojekt. Echt ja? Zeig mal, lass mal hören. Kann mir deine Freundin mal ihre Füße zeigen? Ja, ein Musikprojekt. Kann ich vielleicht eure Füße sehen? Sag nur von dem Mädchen. Nur von dem Mädchen. Ja, nee, danke. Nur von ihr vielleicht dann, oder? Ich geh raus. Ich würde dann eben einen kurzen Screenshot machen. Ich würde dann auch einfach einen kurzen Screenshot machen, wenn das okay ist. Also, ich würde einfach nur für mich selber dann ein Foto schnell machen. Ich kann auch mit Handy, wenn... Ja, nee. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage an euch. Kann ich euch kurz mit ins Video reinnehmen schon, oder? Ja. Super, ich wünsche euch noch angenehme Tage und bleibt gesund. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Das war weird. Okay, jetzt mal als nächstes. Mach Smalltalk, aber fang dann einfach an zu lachen. Also, ganz kurz so. Bro, was geht? Alles gut? Und dann immer weirder und immer mehr. Bisschen chillen, so. Weißt du? Dann denkst du gerade, Digga. Dich eigentlich gefühlt. Was geht bei dir, Joga? Jetzt muss es höher gehen. Erschreck dich, erschreck dich. Zeig mal dein Gesicht. Hallo. Oh mein Gott. 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 Das ist nicht echt. Doch, das ist richtig. Oha, Digga. Er kann sogar nicht. Was geht denn jetzt aus? Ey, ich sehe Sterne vorm Kopf. Leute, das war es von diesem wunderschönen Video. Ich habe fast einen Kotz an der Habe. Hast du gesehen, wie lange ich den Handstand gehalten habe? Ey, das war ein Real Talk. Das war gut. Das war ein starker Handstand einfach. Aber ich glaube, ich habe mir die Finger gebrochen. Leute, das war es von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das nächste Mal ein Video sein wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir die Kreditkartennummer eurer Mutter in die Kommentare. Haut rein. Ciao.